Die meisten Bürger in Deutschland werden den 1. Mai sicherlich in erster Linie mit dem Feiertag verbinden, dem Tag der Arbeit. Doch dieser Tag ist nicht einfach nur ein zusätzlicher freier Tag für die Arbeitnehmer dieses Landes, sondern hat eine Historie, die bis in das 19. Jahrhundert zurückgeht. Eine Zeit, in der die arbeitende Bevölkerung noch zahlreiche Rechte zu erkämpfen hatte und weniger Schutz genoss, als dies heute der Fall ist. Folglich ist der 1. Mai auch ein Tag, an dem die Arbeitnehmerverbände und Gruppierungen mit klassisch linken Gedankengut auf die Belange der Arbeiter aufmerksam machen wollen. Allerdings treten friedvolle Kundgebungen, beispielsweise von Gewerkschaften, oftmals in den Hintergrund der Aufmerksamkeit, wenn anarchistische oder autonome Gruppen wie die Organisation Antifa durch die Innenstädte Hamburgs oder Berlins ziehen, dabei fremdes Eigentum demolieren und Polizeibeamte attackieren. Dies war auch in diesem Jahr wieder der Fall. Laut Berichten wurden 32 Beamte in Berlin verletzt, 6 weitere in Hamburg. Die Gewalteinwirkung auf die Polizei ging dabei von linken und linksextrem Gruppen, wie im Artikel benannt, aus. Soweit, so bekannt. Aber genau hier liegt ein Aspekt, den ich bemerkenswert finde. Wenn es zu Gewalttaten kommt, die durch linksextremes Gedankengut hervorgerufen werden, wirkt es häufig so, als wäre die Sicht der Gesellschaft auf diesem Auge getrübt. Als würden diese Straftaten nicht im angemessenen Maße ernst genommen. Im Zuge der Berichterstattung über die Vorfälle am 1. Mai ist mir ein Interview aufgefallen, das unter der Überschrift steht, wie weit linker Protest gehen darf. Und obgleich sich dieser Artikel nicht explizit mit den Ereignissen vom 1. Mai dieses Jahres beschäftigt, ist der Inhalt nicht minder interessant. In der Einleitung des Artikels wird die Frage der Überschrift noch einmal spezifiziert. Es geht nicht allein um die Frage, wie weit linker Protest im Allgemeinen gehen darf, sondern wie weit er gehen darf, wenn er sich gegen rechts wendet. Wie nachzulesen ist, wird in besagter Einleitung auf Richard Spencer Bezug genommen, der während eines Gesprächs unvorbereitet von einem Faustschlag ins Gesicht getroffen wurde. Neo-Nazis lieben mich nicht, sie meinten mich eigentlich. Die Autorin des Artikels bezeichnet Spencer als US-Neo-Nazi. Das ist so nicht richtig, ebenso wenig, dass der Attackierende lediglich ein Passant war. Aber diese Thematik hebe ich mir für ein anderes Video auf. Weitere Beispiele für den Protest von links gegen rechts betreffen die Alternative für Deutschland, deren Ideologie und Auftreten natürlich ein willkommenes Ziel für diejenigen ist, die nicht einfach nur demonstrieren wollen. Der erste Gesprächspartner im Interview des Artikels ist Julia Becker, Professorin am Institut für Psychologie der Universität Osnabrück. Mit ihren Antworten zum Thema werde ich mich in diesem Video befassen. Sie wird gefragt, Julia Becker antwortet wie folgt, Aus psychologischer Sicht kann ich sagen, für Leute aus der Mittelschicht ist es einfach, Demonstrationen zu organisieren. Sie finden schnell Gehör. Es gibt aber auch Gruppen, die in unserer Demokratie zu wenig berücksichtigt werden. Sie haben das Gefühl, egal was sie machen, nichts verändern zu können. Unsere Forschung zeigt, dass Menschen gerade in dieser Situation zu radikalen Maßnahmen greifen. Diese Aussage ist durchaus bemerkenswert. Die Antwort auf die erste Frage impliziert, dass diejenigen, die zu Gewalttaten greifen, indem sie Eigentum anderer Menschen oder des Staates demolieren oder Polizeibeamte attackieren, sich am unteren Ende der sozialwirtschaftlichen Skala befinden. Das ist also die sogenannten Abgehängten sein, die nicht einfach nur demonstrieren, sondern zu, Zitat, radikalen Maßnahmen greifen. Ich habe versucht herauszufinden, wer die Organisatoren hinter der diesjährigen Veranstaltung Revolutionärer 1. Mai sind, die in Berlin abgehalten wurde. Es fand sich diese Website. Die Startseite wirkt auf mich nicht, wie die Website einer Gruppierung von Menschen, die, Zitat, in unserer Demokratie zu wenig berücksichtigt werden. Zumindest wäre es mir neu, wenn durch deutsche Straßen Panzer fahren würden. Auch der Plan, die AfD zu bashen, wirkt auf mich nicht, als wolle man auf Probleme aufmerksam machen, durch welche diese Gruppen nicht genug berücksichtigt werden. Nun gut, vielleicht ist die Startseite auch nicht repräsentativ. Erfreulicherweise gibt die Website Auskunft darüber, welche Organisationen ihre Unterstützung geben. Hm. Okay. Von diesen Gruppen kenne ich keine einzige. Allerdings beschäftigen sich gleich drei der Gruppierungen mit dem Konflikt zwischen Israel und Palästina. Dass dieser Konflikt in der Bundesrepublik nur eine nachgeordnete Rolle spielt, ist wenig überraschend. Wir verstehen also die anderen Gruppen. Die Gruppe Arbeitermacht ist laut eigener Bezeichnung eine internationalistische, kommunistische Organisation. Wir treten zusammen mit Genossinnen auf der ganzen Welt für die Interessen der Arbeiter und Arbeiterinnen und aller Unterdrückten ein. Unser Ziel ist die Schaffung einer klassenlosen Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Das endgültige Ziel dieser Gruppe ist noch deutlicher formuliert. Anders als SPD, Die Linke oder die Führung der Gewerkschaften lehnen wir es ab, den Kampf nur auf Verbesserung, Reform oder sozialverträgliche Kürzungen zu beschränken. Warum? Weil unser Ziel nicht die Reform des bestehenden kapitalistischen Systems ist, sondern dessen Sturz. Wer den Kapitalismus nur reformieren will, ordnet sich damit zwangsläufig diesem System unter. Diese Gruppe hat also das Ziel, das Wirtschaftssystem auf dem Deutschland fußt, abzuschaffen. Nun, dass diese Position nicht berücksichtigt wird, ist ebenfalls keine Überraschung. Die Daily Resistance Group unterhält indes eine Zeitung mit dem gleichen Titel. A newspaper published and written by people, so-called refugees, who don't accept their disfranchisement by the German state. They write about their fight and share their opinions to reach out to people who are in the same situation. The authors and publishers are actively fighting against the criminal German state and the establishment suiting themselves. Der kriminelle deutsche Staat, der sogenannte Flüchtlinge, entrechtigt. Über dieses Statement kann sich jedermann selbst ein Bild machen. Dass diese Position ebenfalls nur wenig Berücksichtigung erfährt, ist also auch keine Überraschung. Die Organisationen HDP, HDK verfügen scheinbar nur über türkischsprachige Internetauftritte. Entsprechend kann ich keine Auskunft darüber geben, mit welchen Themen sie sich befassen. Allerdings ist die Liste der Unterstützer noch nicht zu Ende. Die Website Internationalistischer Abend berichtet hauptsächlich über bestimmte Termine und Veranstaltungen, bietet aber keine eigenständigen Aussagen über Ziele oder Themen. Und die letztgenannte Organisation besitzt lediglich einen Internetauftritt in Arabisch. Beide Websites fallen also für eine Bestandaufnahme weg. Die Jewish Anti-Faschist Action Berlin beschäftigt sich im Kern ebenfalls mit dem Konflikt zwischen Israel und Palästina. Interessant wird es wieder bei der Organisation Klasse gegen Klasse. KlassegegenKlasse.org soll denen eine Stimme geben, die von den großen Medien ungehört bleiben oder aufgehetzt werden. Es ist ein Sprachrohr der Ausgebeuteten und Unterdrückten. Und wir wollen dazu beitragen, marxistische Ideen unter den fortgeschrittensten Sektoren der Arbeitnehmerinnenklasse, der Jugend, der Frauen und LGBT sowie der Geflüchteten und Migrantinnen bekannter zu machen. Auf der Website kann man sich über die verschiedensten Themen informieren. Von der Politik in Deutschland und international über die Kämpfe der Arbeitnehmerinnen und Jugendlichen rund um die Welt bis hin zu Themen des Alltags und der Kultur. Korrespondentinnen aus zwölf Ländern berichten aus erster Hand von der Situation und den Kämpfen in ihren Ländern. Auch Debatten innerhalb der Linken haben bei uns Platz. Nun, das klingt möglicherweise schon eher nach dem, was Frau Becker als Gruppen benennt, die in Deutschland möglicherweise nicht genug berücksichtigt werden. Ich habe mir daraufhin die ersten drei Seiten der Artikel angesehen, die in der Rubrik Deutschland gelistet sind und mir einen Überblick über diese verschafft. Gelistet sind in diesem Fall 90 Artikel. Aufgrund der Menge habe ich die Überschriften und die angezeigten ersten Zeilen des jeweiligen Artikels gelesen. Wenn man davon ausgeht, dass die Überschrift das Hauptthema des Artikels beschreibt, beschäftigt sich ein Artikel mit den Kämpfen der Jugendlichen und zwei Artikel mit den Kämpfen der Arbeiter. Auf der anderen Seite finden sich zwölf Artikel, die sich mit der Politik linker Parteien beschäftigen. Sieben Artikel befassen sich mit rechten politischen Gruppierungen, von CDU über AfD bis hin zu Nazis. Selbst das Referendum in der Türkei ist Thema, obgleich die dort abgehaltene Abstimmung keine direkte Verbindung zu Deutschland hat. Ganze 23 Artikel ist der Flüchtlingsthematik gewidmet. Größtenteils wird über den Widerstand gegen Abschiebungen berichtet. Zumindest diese grüge Übersicht widerspricht dem Anspruch von Klasse in Klasse. Wenn der Fokus auf dem Kampf der Arbeiter und Jugendlichen liegen soll, dann nicht in den letzten vier Monaten. Als nächstes wird die Gruppe Refugee Schul- und Unistreik Berlin aufgeführt. Auf der eigenen Facebook-Seite schreibt die Gruppe, Es fällt auch hier schwer anzunehmen, dass diese Aspekte in Deutschland zu Unrecht wenig beachtet sind. Imperialismus ist schon seit über 100 Jahren kein Mittel der internationalen Politik mehr, Rassismus ist, zumindest in Deutschland, kein inhärentes oder gar systematisches Problem und die Asylpolitik der Bundesrepublik kann man nicht ernsthaft als menschenverachtend und repressiv bezeichnen, wenn zeitgleich eine uneingeschränkte Aufnahme von Migranten und Flüchtlingen vorgenommen wird. Die Gruppierung Revolution ist die letzte in der Liste, auf die ich einen Blick werfen kann. Sie beschreibt das eigene Wirken und die Ziele wie folgt. Unser Kampf und Widerstand richtet sich gegen Krieg, Sozialabbau, Armut, Hunger, Ausbeutung und Umweltzerstörung. Wir sehen diese Aspekte nicht isoliert, sondern als Auswüchse derselben Ursache. Und diese Quelle hat einen Namen, das kapitalistische System. Wir bekämpfen jede Form von Diskriminierung und Unterdrückung, die das bürgerliche System als Instrument ihrer Macht nutzt. Seien es Sexismus, Rassismus, Nationalismus, religiöser Fundamentalismus oder Homophobie. Diese Vorurteile werden von den Herrschenden genutzt, um uns zu spalten und unseren Kampf zu schwächen. Revolution ist nicht der Illusion behaftet, dass die Kapitalisten ihren Reichtum und ihre Privilegien freiwillig abgeben werden, also dieses System durch Parlamente reformierbar ist. Um die Macht und den Reichtum der herrschenden Klasse zu brechen, bedarf es einer revolutionären Bewegung und Umwälzung, der kollektiven, organisierten Aktion der Masse, die gebürgerliche Vormachtstellung bricht, ihre Gewaltorgane zerschlägt und der Mehrheit der Gesellschaft und ihrer Machtorgane übergibt und diese neue Ordnung verteidigt, vertieft und auf weitere Länder ausdehnt. Wir lehnen jedoch die libertäre Konstruktion und das Dogma der Herrschaftsfreiheit ab, das bürgerliche System einfach abzuschaffen und damit die Gesellschaft den reorganisierten Kräften der Kapitalisten schutzlos auszuliefern, denn die Herrschenden werden nicht freiwillig und ohne Gegenwehr einer befreiten Gesellschaft Platz machen. Auch hier gilt, dass das Vorhaben, das politische System der Bundesrepublik komplett überwerfen zu wollen, nicht ernsthaft berücksichtigt wird, ist kein Erstaunen wert. Fernab davon, dass man Personen, die auf derlei Satzbau zurückgreifen und noch nicht einmal Rechtschreibfehler auf ihrer eigenen Website korrigieren, sowieso nicht über den Weg trauen sollte, wenn es um politische Themen geht. Es sollte deutlich geworden sein, dass die Gruppen die Veranstaltung, auf deren Gewaltbereitschaft und deren Auslebung die Norm ist, nicht in die Kategorie fallen, die Frau Becker eingangs definiert hat. Und selbst wenn es zutrefe, in einem demokratischen System, in dem keine Bevölkerungsgruppe systematisch unterdrückt wird, in dem für jede politische Ideologie mindestens eine Partei existiert, um diese zu vertreten und ihr Einfluss zu verhelfen, braucht es keine Anwendung von Gewalt. Weder gegen Andersdenkende, noch gegen die Polizei als Teil der Exekutive. Im Interview indes folgt die nächste Frage. Studenten sind nicht gerade hilflos oder unterdrückt, demonstrieren und blockieren aber besonders gerne. Wieso nutzen sie nicht andere Mittel als den Protest? Frau Becker antwortet, das könnten sie natürlich. Es ist allerdings so, dass man besonders durch Protest Dinge bewegen kann. Nehmen wir zum Beispiel die Studiengebühren. Wenn da ein paar Studenten in der Zeit einen Aufsatz veröffentlicht hätten, hätte das nicht den gleichen massiven Effekt gehabt, wie wenn in ganz vielen Studentenstädten die Leute auf die Straße gehen und den Universitätsalltag blockieren. Ich habe diesen Krampf, ja, Krampf, an der Universität Hamburg erlebt. Und ich kann nicht sagen, dass dieses Vorgehen Sympathien hervorgerufen hat. Frau Becker beschreibt das Vorgehen ganz akkurat. Der Universitätsalltag wird blockiert. Es werden Seminare und Vorlesungen gestört oder man darf das Gebäude, in dem die Veranstaltung stattfinden soll, gar nicht erst betreten. Man wird von seinen Kommilitonen aktiv daran abgehalten, seinem Studium nachzugehen. Für manchen Studenten mag es ganz erfreulich sein, wenn man die staubtrockene Vorlesung leider nicht besuchen kann, weil man von anderen Studenten davon abgehalten wird. Auf mich wirkt das wie Kindergarten. Wie ein Kind, das sich bockig auf den Boden hockt, wenn das gewünschte Spielzeug nicht gekauft wurde. Und nein, wir reden hier nicht von streikenden Arbeitnehmern, die für mehr Bezahlung oder besseren Tarif ihrer Arbeit niederlegen, sondern von Studenten, die mehr Geld für ihre zusätzliche Ausbildung ausgeben sollen, wovon sie aber schlussendlich auch profitieren. In Hamburg hatte die Universität zu Zeiten der Studiengebühren mehr Personal sowie mehr und bessere Ausrüstung, weil mehr Geld vorhanden war. Frau Becker hat natürlich recht. Ein laut vorgetragener Protest ist auffälliger als eine sachliche Aufarbeitung des Themas. Aber ist das der bessere Weg? Wäre es nicht vielmehr im Sinne des politischen Diskurses, wenn man sich an die dafür zuständigen Stellen wendet und mit Argumenten auf einen Missstand hinweist? Vielleicht kann man dann sogar einen Kompromiss erzielen, von dem alle profitieren. Aber wahrscheinlich darf man dieses Vorgehen nicht von allen angehenden und zukünftigen Akademikern erwarten. Der nächste Abschnitt des Interviews wird indes etwas wunderlich. Und wenn Studenten einen Hörsaal blockieren, zum Beispiel um zu verhindern, dass ein AfD-Politiker dort spricht, ist das noch legitimer Protest? Wenn man Studierende befragt, sagen die meisten ja. Bei der Gesamtbevölkerung ist das gemischter. Meine persönliche Meinung zu dem Thema ist, sobald Menschen beginnen, menschenverachtende Propaganda zu verbreiten, ist es aus meiner Sicht legitim, dagegen zu protestieren. Die AfD würde das anders sehen. Sie beruft sich auf die Redefreiheit. Ja, aber ihre Inhalte schüren Rassismus. Man kann Rechtspopulismus und Extremismus nicht gleichsetzen mit linken radikalen Positionen, weil nur im rechten Lager bestimmte Gruppen massiv abgewertet oder bedroht werden. Hm, nur im rechten Lager werden bestimmte Gruppen massiv abgewertet oder bedroht. Okay, das ist eine überraschende Erkenntnis. Es heißt immer wieder, Homosexuelle werden in Russland massiv diskriminiert. Ist die russische Regierung also Teil des rechten Lagers? War mir bisher nicht bewusst. Was ist mit der ehemaligen DDR, in der Systemkritiker oder Fliehende entweder inhaftiert oder gar erschossen wurden? Interessant. Ich hatte bisher den Eindruck, dass die SED eine sozialistische Partei wäre, aber Frau Becker nach ist sie wohl ebenfalls Teil des rechten Lagers. Das sollte man mal der PDS bzw. der Partei Die Linke mitteilen. Vielleicht wäre sie dann eher geneigt, sich endlich von ihrer Vorgängerpartei zu lösen. Extreme Regime haben den Hang, die politische Opposition zu unterdrücken. Bisschen zur Beseitigung. Das gilt nicht nur für rechte Regime, sondern auch für Linke. Offenbar hätte Frau Becker gut daran getan, sich während ihres Studiums einen breiteren Überblick über die menschliche Historie zu verschaffen. Im nächsten Abschnitt stellt Frau Becker etwas fest, dem ich sogar zustimme. Allerdings schwindet diese Zustimmung recht schnell wieder. Welchen Effekt haben solche Blockaden auf den Blockierten? Meistens schließt sich die Gruppe enger zusammen, wenn sie sich bedroht fühlt. Das kann dazu führen, dass sich bestimmte Positionen zementieren. Man muss aber auch das gesamte Feld sehen. Was heißt das? Bei solchen Blockaden muss man über den Hörsaal hinausschauen. Das Ziel ist meistens nicht, den AfD-Politiker am Sprechen zu hindern oder die AfD einzuschüchtern. Es geht darum, die Bevölkerung auf ein Problem aufmerksam zu machen und im besten Fall Zustimmung zu gewinnen. Im ersten Punkt hat die Interviewte recht. Der Protest gegen die AfD führt nicht dazu, dass diese in ihrer Relevanz oder gar Existenz bedroht wird. Vielmehr werden die gefestigten ideologischen Anhänger dieser Partei sich bestätigt fühlen oder sogar eine Opfermentalität entwickeln. Was mich allerdings verwundert, ist die Auffassung von Frau Becker, dass sich ein Beobachter und Nichtbeteiligter, der auf keiner der beiden Seiten steht, sich so einfach beeinflussen lässt. Zunächst weist Frau Becker darauf hin, dass die AfD Rassismus schürt. Die Frage ist jedoch, bei wem? Wird ein Zuhörer plötzlich rassistisch, nur weil ein Mitglied der Alternative für Deutschland eine Stellungnahme macht? Und verliert diese Person wiederum das Interesse an der Partei, weil eines ihrer Mitglieder von Studenten abgehalten wird, in einem Hörsaal zu sprechen? Es fällt mir schwer, das zu glauben. Ist es nicht vielmehr so, dass jemand, der bereits zuvor rassistisch war, sich in seinen Ansichten bestätigt fühlt, wenn er bestimmte Botschaften von der AfD vernimmt? Natürlich. Ich kann verstehen, dass man versucht, der AfD die Plattform zu nehmen. Auch ich halte viele Positionen der Partei für realitätsfern oder zumindest zweifelhaft. Aber umso mehr bin ich dafür, dass sich Mitglieder dieser Partei am öffentlichen Diskurs beteiligen dürfen. In meinem bisherigen Leben habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich Idioten am ehesten selbst entlarven, wenn man ihnen gestattet, den Mund zu öffnen. Also lasst sie reden. Sie willentlich davon abzuhalten, hat mit Meinungsfreiheit nichts zu tun. Anderen, deren Meinung man nicht teilt, die Plattform entziehen zu wollen, obgleich man dazu das Recht gar nicht hat, erscheint mir weder fair noch gerechtfertigt. Andererseits hat Frau Becker schon darauf hingewiesen, dass sie dem Protest mehr Syntapathien einräumt, als der sachlichen und argumentativen Auseinandersetzung. Das Interview endet dann mit den folgenden Zeilen. Sie haben eben erwähnt, dass solche Blockaden von der Gesellschaft auch kritisiert werden. Geht das dann nicht nach hinten los? Klar kann das passieren, zum Beispiel, wenn ein AfD-Politiker mit Gegenständen beschmissen oder wenn er körperlich angegriffen wird. Dann kann die Unterstützung verschwinden. Aber das passiert nicht, wenn einfach friedlich ein Hörsaal blockiert wird. Ob Letzteres richtig ist, wage ich nicht zu beurteilen. Eher vermute ich, dass das Gros der Bevölkerung keine Ahnung davon hat, was wo von Studenten blockiert wird. Hinzu kommt, dass es selten bei friedlichen Mitteln bleibt. Körperliche Gewalt wird auch gerne gegen diejenigen angewandt, die die Blockade durchbrechen wollen, unabhängig, ob es sich dabei um Polizisten oder Zivilisten handelt. Und dass auch andere zunächst friedliche Proteste linker Gruppierungen in Gewalteinwirkungen ausbricht, ist hinlänglich bekannt. Die Frage ist auch, wie ernst man Frau Beckers Äußerung zu dem Thema überhaupt nehmen soll. Denn immerhin stellt sie die Behauptung auf, dass das Nutzen von deutschen Flaggen während eines Fußballturniers im Zusammenhang mit der Ablehnung von Ausländern steht. Ja. Aber auch dieses Thema soll Inhalt eines anderen Videos werden. Wie dem auch sei, die Nutzung von Gewalt gegen das Eigentum anderer Personen oder gegen Menschen selbst ist kein notwendiges oder gar zwingendes Mittel, um in Deutschland Politik durchzusetzen. Auch dann nicht, wenn diese Gewalt von Personen mit linken Gedankengut verursacht wird. Zumal man nicht viel Aufwand betreiben muss, um herauszufinden, dass diejenigen, die für diese Gewalt entweder verantwortlich sind oder sie zumindest nach außen hin unterstützen, ganz andere Ziele verfolgen, als einfach nur auf die Belange einer kaum gehörten Bevölkerungsgruppe aufmerksam zu machen. Wenn auf die rechtsextremen Kräfte, die in Deutschland beheimatet sind, ein kritisches Auge geworfen wird, und das zu Recht, muss dies im gleichen Maße viele linksextremen Kräfte gelten. Auch und gerade dann, wenn diese zu gewaltsamen Mitteln greifen.